Meine Idee für den Entwurf war einfach, zum einen besteht der Film ja aus diesen Special Effects, für die damalige Zeit, glaube ich, sehr, sehr fortschrittlich waren und zum anderen aus dem sportlichen Aspekt, der unglaubliche Stunt beinhaltet hat. Und ich wollte halt den dritten Aspekt darstellen und das ist halt diese Liebesgeschichte, die, glaube ich, auch irgendwie ganz wichtig ist für den Film. Und ich glaube schon, dass es in der Liebe auch um den Sport geht, um das, dass die einfach gut zusammenpassen, weil sie eben die gleichen Interessen haben und deshalb sieht mein T-Shirt so aus. Jeder, der den Film kennt, der weiß, dass das eben der erste Kurs ist in dem Film, aber ich glaube, jeder kennt einfach gewisse Szenen aus dem Film, die ja doch auch, glaube ich, einen schon auch geprägt haben. Und auch für mich als Snowboarder bedeutet das sehr, sehr viel, weil das einfach einer der ersten Filme war, der auch so dieses Snowboarden so gezeigt hat. Ich glaube, es war einer der ersten Snowboard-Filme, der so hochwertig produziert worden ist. Und deswegen ist das, glaube ich, schon auch was Richtungsweisendes gewesen für die Snowboard-Szene. Feuer und Eis steht einfach für sich und ich glaube, das ist auch was, was man für sein Leben mitnehmen kann. Ich denke, man sollte ein bisschen was von beidem haben.